Vitamin W, Folge 13. Also erstmal hallo Melanie. Schön, dass wir uns hier sprechen. Das ist wie immer sehr, sehr schön, dass wir uns hier treffen donnerstags und kurz auf Aufnahme drücken und dann danach das in die Welt der Podcastplayer rausschießen und unsere HörerInnen gegebenenfalls sich das anhören. Dann stärken, vor allem mentale Stärken. Du versuchst, ich sehe dich schon, wie du Einspruch erheben willst. Das ist euer Ehren. Es gibt noch kein Einspruchverfahren hier. Jetzt fairerweise ist es ja eine Folge, wo es bei mir um meine Stärke geht. Also so, dass durchaus, wenn es eine Superpower gibt, die ich habe, dann ist das, glaube ich, schon auch die mentale Stärke bei mir. Und die haben wir heute ein bisschen versucht, auseinander zu, also es ist unangenehm, das so zu formulieren schon. Auch, das muss man ja lernen, dass man auch mal auf was stolz sein kann und dass man auch mal sagen kann, okay, ich glaube, das kann ich. Das haben wir auseinander gepflückt. Wir haben verschiedene Systeme auch wiedergefunden. Schon wieder ein Handwerkszeug, ein Besteck, was man sich hinlegen kann, um das vielleicht ein bisschen zu lernen. Vier Schritte, vier Fragen, die man sich selbst stellen kann, um auch ein bisschen rauszufinden, wo man gut ist und wie man das besser hinbekommt und woher man seine Energie zieht. Ich freue mich auf die heutige Folge, die Nummer 13, über mentale Stärken und wie man Stärken stärkt und Schwächen schwächt oder Schwächen stärkt und Stärken schwächt. Das alles heute noch viel mehr. Oder das Gehirn verwirrt. Folge 13 von Vitamin W mit Melanie und Paul geht jetzt los. Viel Spaß. Viel Spaß dabei. Hallo Melanie. Hallo Paul. Du strahlst heute in diesem Türkis, also grün ist es, mint Farben. Sehr schön. Mint ist es. Wie läuft es bei dir? Wie geht es dir? Wie mental stark bist du? Das ist das Thema heute. Wie, wo ist die Energie? Wo ist das Energielevel? Ist mentale Stärke eigentlich eine, reden wir da von Muskelkraft? Ist das, also sind wir, sind wir, also ich, ja, ich habe einen vierjährigen Sohn und der will mir jeden Tag seine Muskeln zeigen. Wirklich? Und ja. Und ich habe aber, die elfjährige Tochter hat gestern, wir machen immer Runclub manchmal und dann sitzen danach manchmal sechs, sieben, acht Leute bei uns. Wir sind ein sehr offener Haushalt und dann trinkt man gerne noch mal ein Bier bei uns und dann kam die Diskussion auf, ab wann ein Kind Social Media, also es wurde von meinem Kind angesprochen, von der elfjährigen Tochter, die noch kein Social Media haben darf, aber ein Handy hat. Und da wurde darüber diskutiert, wie kriegt man denn, also wo fängt man da an? Und am Ende ist ja eine der Hauptsachen, die ich von dir gelernt habe in den letzten Wochen, Melanie, dass es keine absoluten Antworten gibt, sondern dass die alle relativ sind. Und je nachdem, wo man irgendwie, also das ist ja individuelle, dann würde man sagen objektive Zielführungen sind. Und das habe ich da auch angewandt und habe dann gesagt, naja, was hättest du gerne, warum hättest du es gerne? Und dann haben wir so aus Gag ein Gericht gemacht, also wir waren dann ein Schöffengericht wahrscheinlich, ich war der Vorsitzende Richter und sie musste immer das Gericht ansprechen. Also verehrtes Gericht, ich habe folgenden Antrag zu stellen, dass ich an meinem zwölften Geburtstag, und das ist ja schon so, man kann es ja auch steuern, sehr gut steuern durch diese ganze Parental Control und so weiter, kannst du ja schon einfach verhandeln. Ich darf eine Stunde Snapchat zwischen 15 und 21 Uhr machen. Das ist technisch ganz, ganz easy einstellbar und das hat sie dann, also erst hat sie es unlimited versucht und hat aber vor allem in dem ganzen Ablauf, und jetzt versuche ich die Brücke zu schlagen, durchaus mentale Stärke bewiesen, in den Rückfragen auch klar zu machen, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie Zeit zu vertreiben. Also es ist nicht so rumgedaddelt und was auch immer und eine Sucht, sondern es ist eher ein echtes Kommunikationstool mit ihren Freundinnen und Freunden. Und da mache ich natürlich, oder machen wir die Tür zu, wenn wir das nicht erlauben. Und Tür zu machen ist, glaube ich, echt nicht gut. Also das Ergebnis, gestern Abend im Gericht war eine einstimmige Entscheidung, dass am zwölften Geburtstag nächsten März Snapchat installiert wird und dann erstmal eine Stunde pro Tag möglich ist. Allerdings nicht während Schulzeit. Und das hat das Gericht entschieden. Be real Instagram und was auch immer sonst ist zum Glück nicht auf den Tisch gekommen. Das kommt dann hinten raus. Aber wir reden heute über mentale Stärke. Was ist das überhaupt genau? Weil du ja immer sehr gut in der theoretischen Erklärung und dann auch in der praktischen Anwendung bist, brauche ich auch da mal wieder, also zu dem Begriff mentale Stärke fällt mir jetzt wie gesagt nur meine Tochter ein, die versucht Snapchat sich zu erlabern. Die aber genau wegen ihrer mentalen Stärke dann auch das bekommt. Also es ist ja sowohl ein Geben und ein Nehmen. Was ist das? Was ist mentale Stärke? Mit mentale Stärke ist letztendlich das Ergebnis von persönlichen Überzeugungen, Einstellungen und Denkprozessen, die letztendlich dazu führen, dass sich Menschen herausfordernde Ziele setzen, unter Schwierigkeiten auch an herausfordernden Zielen festhalten, dass sie Misserfolge besser wegstecken, eine höhere Motivation aufweisen, sich weniger ablenken lassen von Zielen und insgesamt wirklich mehr Anstrengungen unternehmen und auch mehr Ausdauer aufbringen, um Ziele zu erreichen. Das heißt mentale Stärke ist also eine Mischung aus Selbstvertrauen, Willenskraft und emotionaler Stabilität und wir können sie wirklich wie ein Muskel trainieren. Und ist man mental stark oder ist das auch, das wird ja wahrscheinlich, man ist mal stärker und mal weniger stark, oder? Und also wie mit dem schönen Muskel, meinen Bizeps, aber den könnte man ja trotzdem jetzt trainieren und in drei, vier, fünf, sechs Monaten könnte ich hier ganz anders flexen in unserem Podcast. Insofern ist, das ist also trainierbar und veränderbar und genau das will ich jetzt, wie werde ich erzählen, trainier mich Melanie. Heute würde ich dich gerne was fragen, Paul, denn wir erleben dich ja hier in dem Podcast, zumindest ich und ich glaube auch unsere ZuhörerInnen erleben dich wirklich als, ich würde sagen als mental stark. Du setzt dich nämlich herausfordernden Zielen, du tust sehr viel dafür, um die auch zu erreichen und inspirierst uns ja auch alle letztendlich mit deiner enormen Motivation und zeigst uns einfach auch, dass du mit Misserfolgen umgehen kannst. Das haben wir auch schon erlebt. Und was würdest du denn jetzt sagen, was macht dich denn so stark, dass du, also was macht dich mental so stark, was würdest du sagen? Die Vergangenheit. Also das Vertrauen, dass es irgendwann glatt gegangen ist. Also so, dass quasi angefangen beim 14-Jährigen, der irgendwie, also so dieses Niederlagen, die er tragen oder dass das eben auch immer was Gutes daran ist und dass tief in mir drin ja schon auch einfach sauviel Sachen schiefgegangen sind, das aber nie zum absoluten Desaster geführt hat und sondern auch echt immer irgendwas Positives dabei war. Und das ist diese ganz uncharmante und sehr unsympathische Sache auch, dass natürlich ist ein Rieseneinschnitt in meinem Leben, dass ich meinen Vater verloren habe, als ich 20 war und nach einer sechsjährigen Krebserkrankung, aber ich jetzt hier sitzen würde und dir sagen würde, das hatte auch gute Seiten. Also natürlich hätte ich es lieber gehabt, dass das nicht so ist, aber das hat mir in meiner Persönlichkeit sehr geholfen. Hat viel damit zu tun, dass ich mit 24 dann Vater geworden bin und geheiratet habe und seit 17 Jahren eine gute Ehe führe mit drei Kindern und wir sehr glücklich sind. Und also all solche Gedanken hätte ich glaube ich nicht gehabt, wenn da nicht auch ein Verlust so früh gewesen wäre. Und also ohne da jetzt so tiefenpsychologisch reinzugehen, dieses Vertrauen, dass ich weiß, dass die Sachen schon okay sein werden und dass ich trotzdem durch Aktion, wenn ich mich darum kümmere, wenn ich das Thema aktiv angehe, echt ganz schön viel lösen kann. Und das wird natürlich immer mehr, je älter ich werde, weil mehr Sachen klappen. Und natürlich habe ich jetzt auch, jetzt sitze ich hier irgendwie im Oktober und kann jedem erzählen, so ich habe 30 Kilo abgenommen mit WW und das ist ja ein schöner Satz, auf den ich auch stolz bin und aus dem ich natürlich auch ziehe. Natürlich kann ich auch jetzt Bodybuilder werden, wenn ich das gerne wollen würde. oder kann ein Ironman oder ein Marathon laufen oder was. Also so in meinem Gehirn ist die Bestätigung der Vergangenheit ja durchaus, hilft mir sehr, glaube ich, mental stark zu sein und klar zu wissen, dass man ein Grundvertrauen darin hat, in sein Tun und in seine Fähigkeiten auch ein bisschen. Und dann kommt ein zweiter Punkt auch noch dazu. Du darfst nicht unterschätzen, dass bei mir in den letzten zehn Jahren beruflich, aber wie auch privat, wirklich überproportional das Glück passiert ist, der einfach dann noch zusätzlich zufällig passiert ist. Und da war ich aber bereit für. Also ich war, man muss auch bereit sein, dann, wenn das Glück an die Tür klopft, dann auch wirklich die Tür weit aufzumachen und dann all in zu gehen. Und diese Mischung, die dann eben auch das Glück nicht mehr ganz so krass zufällig macht, sondern eben auch ein bisschen Selbstvertrauen, also so, wenn ich jetzt hier sitze, muss ich schon sagen, dass ich halt schon, mir schon sehr demütig klar ist, dass ich überproportional Glück hatte. Ich gleichzeitig aber auch weiß, dass ich halt das Glück ganz gut verarbeitet habe und das auch zugelassen habe und gegebenenfalls durch Fleiß mehr Möglichkeiten auf Glück gehabt habe als andere. Und das ist natürlich tatsächlich was, was mich dann wiederum mental stark macht und ein Grundvertrauen, oder also ich sage das jetzt so, weil du das gerade gesagt hast, ich würde nicht zwingend per se, wenn du mich jetzt gefragt hättest, bist du mental stark, hätte ich nicht sofort mit Ja geantwortet. Aber wenn du sagst, dass du mich so wahrnimmst, dann ist es mit Sicherheit das Selbstvertrauen oder das Vertrauen in, es wird schon was passieren, wenn man genug Aufwand dort reinbringt, wenn man sich genug drum kümmert, wenn man sich inhaltlich einliest, wenn man sich um die Menschen kümmert, um die Beziehungen kümmert, wenn man eben nicht in Selbstmitleid sich selbst bestätigt mit seinem Umfeld, sondern wenn man den Konflikt halt teilweise mal gehen muss und ich rufe schon echt ganz schön oft Leute einfach an und dann ist ja der Konflikt sofort gelöst. Und also so blöd wie es ist und das ist natürlich, das hilft mir da Sachen, wo man sonst glaube ich vielleicht auch mehr struggelt mit, einfach anzugehen. Also ich bin, und das Zweite, was glaube ich, und das ist leider auch die Wahrheit, ich bin nicht so schlau, was die Vergangenheit angeht. Da bin ich ein bisschen stumpf, weißt du, ich bin halt so ein kleines Kind, was durchs Leben geht und das Nächste und da jetzt, ja cool, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Ich bereue eigentlich gar nicht. Und deswegen vergesse ich, also ich weiß nicht, warum das so ist, aber eins sehr faszinierend, mein engster Mitarbeiter, den ich je hatte, ist David Osterkorn, so meine rechte und linke Hand, über zehn Jahre lang gewesen und der hat immer gesagt, der kommt nicht darauf klar, dass das sein kann, dass ich all meine Niederlagen eigentlich auch sofort vergesse. Also so, wenn mich jemand fragt, was ist denn schiefgegangen, dann sage ich immer, weiß ich gar nicht. Es gibt ja immer so Scheitern, Fragen auf Panels und so weiter und dann fällt mir tatsächlich nichts ein. Und das wiederum würde ich gerne sagen, dass ich mir das antrainiert habe, das liegt aber eher daran, dass ich so dumm bin, dass ich, ich kann dir jetzt vier Stunden am Stück über meine Erfolge erzählen, aber meine Misserfolge habe ich irgendwie vergessen. Und das ist eigentlich ganz geil. Ich bin, also ich bin total zufrieden damit, aber wie kann man das denn lernen? Also wie ist, also du würdest jetzt sagen, ich brauche keine Hilfe. Ich bin, ich bin, bin nicht, ich habe keinen Bedarf an Melanies Hilfe, was mentale Stärke, aber vielleicht hört uns ja jemand zu, der hoffentlich vielleicht gerade mit meinem Monolog schon wieder ein, zwei Punkte gecheckt hat, warum das bei mir so ist. Und du kannst dich jetzt auseinander pflücken, weil du ja weißt, was die Mechanismen sind und was man vielleicht auch damit tun kann. Ich merke gerade in mir, da ist nochmal so ein Nachklingen, dass du, dass ich gehört habe, naja, ich hatte auch viel Glück. Das Glück allein ist es nicht. Nicht, denn wie du schon, also bedeutsam ist ja, was machst du mit diesen günstigen Situationen? Gehst du sie an, greifst, also nimmst du sie und machst was daraus? Verwandelst du sie oder lässt du sie liegen? Also ich glaube, das hat nichts mit Glück allein zu tun, sondern das ist ganz ein großer Teil, den du dazu beigetragen hast. Und dass du da was daraus machst, wäre da auch nichts daraus geworden. Ja, glaube ich auch, ja. Das stimmt. Ja, definitiv. Ja, und wenn wir jetzt mal gucken, mentale Stärke, lässt sie sich trainieren? Ja, also sie lässt sich trainieren. Und das, was ich hier rausgehört habe bei dir, es spricht für so ein, man nennt es auch Growth Mindset, also wachstumorientiertes Mindset. Aber bevor ich darauf komme, würde ich gerne nochmal so was zu dem Thema, wie kann ich denn mentale Stärke trainieren, sagen. Denn es gibt ein sogenanntes Stufenmodell von Sartoff, der sagt, man kann das im Grunde genommen systematisch in vier Stufen trainieren. Das Erste, man arbeitet letztendlich, dass man Überzeugung, die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten aufbaut. Das heißt wirklich hingucken, was kann ich und da das als Basis nehme. Dann, dass ich lerne, mich auf Ziele zu fokussieren und auf Ziele auch fokussiert zu bleiben. Dass ich lerne, einfach auch mit Misserfolgen umzugehen und in der vierten Stufe letztendlich lerne, mich selbst immer wieder neuen herausfordernden Zielen zu stellen. Das heißt letztendlich, die Denkweise, wenn wir da mal schauen, bei dem ersten Schritt Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten, die zeigt einfach auch, dass unsere Denkweise entscheidend dafür ist, ob ich mental stark bin. Und da kann ich eben schauen, wie denke ich. Habe ich ein Growth Mindset, ein sogenanntes wachstumorientiertes Mindset? Sprich, ich bin überzeugt davon, dass ich mich weiterentwickeln kann. Fehler sehe ich eher als Helfer, auch darin, Neues zu entdecken, Neues zu erfahren. Und da ist eher so, dass ich lerne, um auch Dinge besser zu verstehen. Wohingegen Menschen mit einem sogenannten Fixed Mindset, also eine starre Denkweise, bei denen ist es so der Gegenspieler des Growth Mindset, die sehen, die Menschen, die eben eher so ein Fixed Mindset haben, sehen Talent, Intelligenz, Begabung eher als festgelegte Größen an, die man nicht verändern kann. Und die sehen Fehler auch eher als Bedrohung an, was an der persönlichen, an einer Abwertung der Persönlichkeit auch gebunden ist. Und Menschen mit einem Fixed Mindset, die lernen auch eher, um positives Feedback zu bekommen, aber nicht um sich weiterzuentwickeln. Da geht es wirklich eher um das Feedback. So, das heißt, dieses Growth Mindset, die eigene Denkweise, dieses wachstumsorientierte Denken, das ist etwas, was mir für meine mentale Stärke wirklich eine gute Basis gibt. Und das ist etwas, was man wirklich gut trainieren kann. Es wird häufig einfach auch wirklich so Schritt für Schritt trainiert, sage ich einfach mal. Und das heißt, also jetzt mal zum Beispiel zurückzukommen, letzte Woche habe ich ja von Jenny erzählt, die ich da eingeladen habe. Ja. Wo ja wahrscheinlich erst mal, gegebenenfalls extern gegeben, man nicht so viel, also der erste Punkt, wie lernt man, was man kann? Also das ist ja schon mal der erste, wirklich schwierige Schritt, oder? Ja, die eigenen Stärken überhaupt wahrnehmen. Was kann ich überhaupt? Welche Fähigkeiten habe ich? Wie lernt man das? Wie nimmst du deine eigenen Stärken wahr? Och, ich, also, ich kann, naja, ich, also ich, durch Erfahrung, also so, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich ein, zwei Sachen kann und wahrscheinlich ist es, ich war schon auch immer ein sehr guter Schwiegersohn, also bei allen Freundinnen schon als 14-Jähriger haben mich die Mütter immer geliebt und das, das habe ich dann irgendwann, das Gigolo-Verhalten habe ich dann halt auf alle anderen Lebensbereiche angewandt und heute würden jetzt meine engsten Freunde durchaus manchmal vielleicht sagen, dass ich ein Menschenfänger bin oder sowas und habe das halt gelernt, dadurch, dass ich Erfolg hatte mit dem, was ich da so tue. Also das sind natürlich Produkte und das ist natürlich für mich auch nochmal ein bisschen einfacher, weil ich Fotos, Videos, Podcasts, was auch immer, ich Geschichten kreiere, die ich danach bewerten kann. Also ich habe was, was ich bewerten kann. Ich glaube schon, dass es schwierig ist, wenn es so ein bisschen abstrakter wird für das, was man sowohl beruflich als auch vielleicht leidenschaftlich macht, wenn das nicht mehr so einfach zu bewerten ist, auch für sich selber, also gar nicht extern, also gar nicht, ob irgendjemand da draußen sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Das ist ja, das hilft natürlich, wenn 10.000 Leute auf Like klicken, dann merkt man natürlich, okay, dann kann ich da vielleicht was. Aber das ist natürlich für sich selbst auch und das ist glaube ich das, was mir natürlich als Fotograf total geholfen hat, dass ich ja schon, also ich bin wirklich ganz ehrlich, ich bin bestimmt tausendmal in meinem Leben überrascht geworden, also war richtig aktiv davon überrascht, was für ein geiler Fotograf ich bin. Also so, wo ich so ein Foto danach gesehen habe und gedacht habe, krass, das ist ja echt gut und das hätte ich nicht erwartet. Also so viel besser, als das, was ich mir zugetraut hätte als Produkt. das ist ja ein richtig geiles Bild, das ist ja irgendwie cool und dieses Physische am Rechner oder an dem Ausdruck zu sitzen und zu sagen, okay, das ist krass. Das trifft aber auch was anderes, was auch echt ganz klar, also so unter uns, liebe Melanie, ich habe ja schon 14 Bücher gemacht, ich habe den erfolgreichsten Bild bei Deutschland selbst rausgebracht und gemacht. Ich habe noch nie auch nur ein Buch von mir durchgeblättet. Also ich habe noch nie das Produkt, also wenn es fertig ist, ist es fertig, ich habe das ja erstellt, ich habe es gesetzt, ich habe was auch immer, aber ich habe mir das nie wieder angeguckt danach und das ist halt auch was, was also so, ich bin dann vielleicht kurzfristig davon überrascht, oh, das ist ja ganz geil, aber dann schwelge ich auch nicht in Erinnerung und gucke mir das die ganze Zeit an, sondern will unbedingt was Neues machen und es langweilt mich nichts mehr, als zum 300. Mal mir was anzuschauen, was ich vor 10 Jahren gemacht habe und das hilft natürlich. Das ist auch eine Fähigkeit, Dinge einfach immer wieder neu zu entdecken, Interesse an Neuem, neue Erfahrungen und auch Dinge wieder neu zu sehen. Es hat was wirklich mit einer interessierten Neugier für mich zu tun, in meiner Wahrnehmung. Das stimmt, das stimmt, aber eben auch die absolute Bewertbarkeit, also dass ich überhaupt ein Foto habe, was da ist, das hilft mir natürlich. Da habe ich mal wieder Glück gehabt, glaube ich, dass das quasi die berufliche Arbeit Arbeit oder also natürlich ist es schon so, dass ich mich sehr darüber freue, dass ich drei gesunde Kinder habe und das kann man ja auch bewerten. Also so, das sieht man ja, dass sie, also hoffe ich zumindest, halbwegs normal, ja, dass sie leben, sieht man, dass sie, sie überleben, du hast es geschafft, sie überleben. Sie haben überlebt und sie können auch einen geraden Satz rausbringen und können Hallo sagen und können sagen, ja, so mache ich das jetzt und also dementsprechend. Sie können auch selbstbewusst für ihre Ideen, für ihre Ziele einstehen, wie wir letzte Woche auch gehört haben. Ja, und damit hat man ja auch ein bisschen was gemacht. Aber ist das denn, also, Stärkenrecherche, ne? Ja. Ja, wie kommt man dahin, dass man das beantworten kann? Also wie, und halt nicht 41 und ausgewandert und drei Kinder und also so, ich habe ja ein paar Faktoren, wo ich drauf zugreifen kann, das muss ja de facto so sein, dass das ganz okay funktioniert, sonst hätte es ja nicht funktioniert die letzten 20 Jahre. Ja. Aber wenn ich jetzt ein bisschen an einem anderen Punkt bin, 23 und finde das nicht so richtig. Du, ich glaube, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern wir sind nicht wirklich gewohnt, unsere Stärken zu benennen. Also das ist für viele, egal welche, welchen Alters, gar nicht so leicht. Und ich finde, da gibt es so vier ganz einfache Fragen, wie ich finde. Die klingen einfach und dennoch braucht man möglicherweise ein bisschen Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Sogenannte Stärkenrecherche. Und zwar die erste Frage, dass du dich hinsetzt und wirklich mal fragst, worauf bist du stolz? Und einfach mal fünf Minuten drüber nachdenkst und das alles notierst. Dann im zweiten Schritt auch mal zu gucken, was findest du spannend? Und auch, was gibt dir Energie? Ist das jetzt der dritte oder der zweite? Das ist die dritte. Das ist die dritte. Was gibt mir Energie? Genau, was gibt dir Energie? Da mal hinzugucken und im vierten Schritt, worauf freust du dich auch? Also jede dieser vier Fragen einfach wirklich mal in Ruhe dir Zeit nehmen und beantworten. Und dann kommst du im Grunde genommen deinen Stärken ein Stück weit auf die Spur. und die sind ganz individuell. Und das kann man so für sich einfach mal machen. Ja, aber wir haben ja jetzt das maximale Gegenteil gemacht und uns genau gar keine Zeit dabei genommen. Deswegen nochmal ein bisschen in Ruhe. Die erste Frage war, worauf bist du stolz? Das heißt, da geht es um die Vergangenheit. Was hast du geschafft? Was war was? Womit du zufrieden bist in dir? Das zweite war, was findest du auch spannend? Was interessiert dich? Was ist? Also ein bisschen rausfinden. Das muss dann auch gar nicht beruflich oder privat, sondern einfach nur, was ist ein Thema, was dich interessiert? Punkt. Ist ja selbsterklärend. Also was interessiert dich, Melanie, zum Beispiel? Mich interessiert laufen. Mich interessiert lesen. Mich interessiert es, Menschen zu erfahren, wie Menschen Leben leben, wie unterschiedlich Menschen Leben leben. Das finde ich total spannend. Ja, zum Beispiel bei dir? Sofort Menschen. Also mich interessieren Menschen. Punkt. Das finde ich faszinierend und ist auch tatsächlich total egal, wie reich oder wie erfolgreich die sind. Mich interessiert jeder Mensch. Mich interessiert Jenny. Mich interessiert Toto Wolf. Mich interessiert Jan Ulrich. Also ich könnte, und das ist tief verankert bei mir, weil ich so als 19-Jähriger Parallel-Zivildienst gemacht habe in Heidelberg und schon studiert habe, weil ich per Losverfahren einen Studienplatz in Hamburg bekommen habe. Und dann habe ich im Pflegedienst vier Tage quasi Nachtschichten gemacht und Tagschichten und bin dann nach Hamburg mit dem Zug gefahren und hatte mir eine, also bin sehr viel Zug gefahren. Und in diesen Zugfahrten habe ich immer meine Gegend, also alle, die um mich herum saßen, habe ich immer zugelabert und habe sie immer gefragt, wo die herkommen, weil mich das wirklich einfach interessiert hat. Und das Schöne war, die steigen ja auch immer irgendwann aus. Also man geht ja dann raus aus dem Leben und das zieht sich bis heute durch. Also das Schönste an der Fotografie oder was ich so tue, ist, dass ich ja ein Leben reinsteppe, aber vor allem auch wieder raussteppe. Also ich gehe ja wieder weg aus der Situation und gehe in eine andere oder gehe in meine eigene oder was auch immer. Das ist die größte, ja Gabe vielleicht, die meinen Beruf so hatte, dass ich Sachen sehe, aber vor allem nicht nur eine Sache und das zehn Jahre lang, sondern dass ich eine Abwechslung da drin habe. Deswegen fällt es mir so leicht, glaube ich, mich dafür zu motivieren und das ist tief verankert in, also mich interessieren Menschen. Punkt. Ohne irgendeine Diskussion. Viel, viel mehr als Geld und viel, viel mehr als Fußball oder was auch immer. Also so, das ist mir total wurscht. Das klingt mir ganz ehrlich. So, und dann kommt der dritte Punkt. Der dritte Punkt, Was gibt dir Energie? Was stärkt dich? Was gibt dir Kraft? Profitiert man quasi? Also das wäre bei mir wahrscheinlich Erfolg. So ehrlich muss man sein. Also so, wenn was, aber vielleicht eher Pioniererfolg. Also wenn ich, ich kann, ich habe bestimmt 15, 16 Sachen, wo ich weiß, dass ich da der Erste war, der es gemacht hat. So von den Fußballfotos über Musikvermarktung, über ein Video hochkannend mit Lena Meier. Also so, die Liste ist relativ lang, wo ich, und das habe ich tief und fest gespürt und habe da auch einen krassen Energieschub, weil ich so, also man würde sagen, ich war stoked, also bei uns, ich war, also als es rauskam, war das so, okay geil, letzte Woche auch wieder mit Jan Ullrich oder vorletzte, zwei Wochen schon wieder her. Die Folge war für mich so, okay, das ist jetzt tatsächlich was Neues und das ist was anderes und das gab es so noch nicht und das ist auch das, was ich machen will und das hat mir sehr viel Energie gegeben. Was gibt dir Energie? Mich auf Neues einzulassen, immer wieder neue Erfahrungen zu machen. Das ist wirklich das, was ich hasse Langeweile. Aber es raubt doch erstmal Energie, oder? Also es ist ja Energie aufwendig, also aber dann, die Bestätigung gibt dir dann Energie danach. Genau, also dieses Neues zu erfahren, neue Themen zu ergründen, ist für mich was unglaublich Bereicherndes, weil mir einfach auch schnell langweilig wird. Okay, ja, schön, das vereint uns. Das ist sehr gut. Okay, und dann der vierte Punkt, die vierte Frage, Entschuldigung, kein Punkt. Woran freust du dich? Auf die zwei Zahlen. Woran hast du Spaß? Ja, zwei Zahlen auf der Waage, da freue ich mich drauf, muss ich sagen. Wenn die irgendwann, die werden nämlich kommen und dann darauf freuen. Ja. Oder auf den Zieldurchlauf im Marathon oder auf Ich habe gehört. Ankommen nach Sportereignissen und so weiter. Ja, das ist ein so geniales Gefühl. Ich werde in den sechs Monaten, werde ich es nicht zum Marathonreife schaffen. Das wäre, ist unrealistisch. Ich meine, du bist so fit. Ich meine, wir erzählen das jetzt hier gerade. Ich glaube, wir sollten unsere ZuhörerInnen mal mit ins Boot holen. Magst du mal erzählen, was du nämlich vorhast? Ich bin sehr begeistert davon. Das passt mal jetzt nicht zu unserem Thema. Ich habe schon wieder negativ implementiert, weil die so, das tue ich ja auch immer in meiner psychologischen Ansatz. Also jeder 40-jährige Midlife-Crisis-Mann muss ja unbedingt einmal Marathon laufen in seinem Leben. Nicht nur Männer. Da bin ich jetzt natürlich auch und habe für mich irgendwie beschlossen, dass ich, das ist hier aus so einer, also, und ich glaube, der Hauptgrund war eigentlich gar nicht der Marathon, sondern der Hauptgrund war, dass es perfekt sechs Monate davor sind und dass ich so, und genau das, was du gerade ja auch gesagt hast, deswegen habe ich genau in den Zwischenzeilen zugehört, mit dem unrealistische Ziel setzen, die dann aber trotzdem schaffen. Also so, da ist ganz, ganz, ganz viel Musik drin, glaube ich. Und da habe ich mich jedes Jahr intensivst mit auseinander. Wir kannten uns letztes Jahr zum Beispiel noch nicht, aber letztes Jahr bin ich, bin ich auf die Lofoten gefahren und habe mir da vier Tage wirklich nur Zielsetzung für das Jahr 2022. Also, und habe das visuell an so einer großen Scheibe alles aufgeschrieben, was ich so vorhabe und habe ganz, ganz, ganz viele Ziele mir gesetzt, die ich alle nicht geschafft habe im Jahr 2022. Ich brauche doch was Unrealistisches, was mich herausfordert und was gegebenenfalls mich dann viel mehr erfüllt hinten raus, als jetzt genau das, was man perfekt hinbekommt und was genau Realistisches, ja, ist mir klar. Also, auf jeden Fall, und da hat es mich total getriggert, in sechs Monaten quasi, das ist ja eine perfekte Vorbereitungszeit, auf, und es war so ein bisschen der nächste Schritt in meinem Leben. Also so, ich habe so gemerkt, jetzt habe ich 30 Kilo abgenommen, jetzt geht es mir besser als letztes Jahr. What's next? Also so, was passiert jetzt eigentlich? Ich arbeite ja auch viel mit WW und bin da ja irgendwie, das war ein perfekter Partner und das hat mich auch total, vielleicht mental stark gemacht, dass ich ja ein Ziel habe, was auch fairerweise echt ein paar Leute mir nicht zugetraut haben und das zu beweisen und da dazustehen, das hat mir sehr gut getan dieses Jahr. Und da ist diese Marathon-Sache, in sechs Monaten im März den LA-Marathon zu laufen, war auch wieder so ein perfektes Momentum und auch was Gemeinsames. Also wir sind inzwischen 15 Leute, die das machen, weil mein ganzes Umfeld irgendwie sagt, okay, hey, okay, ich brauche jetzt das Commitment, das Externe, okay, komm, wir machen es jetzt. Komm und auch überraschend, wo ich so, okay, meine Frau macht auch dies nicht überraschend, sondern wir haben das zusammen so angefangen. Inzwischen sind es 15 Leute und das wiederum finde ich natürlich tatsächlich großartig. Jetzt so, also heute tun meine Beine ganz schön weh, weil gestern ein harter 10 Kilometer Lauf unter einer Stunde war und aber es ist tatsächlich, also mir macht sowas stark also so und ich merke, dass es ein perfekter Zeithorizont ist. Ich kriege es auf ein Jahr nicht so leicht hin wie auf ein halbes Jahr. Also wenn ich quasi sage, ein halbes Jahr will ich das und das ist schon so, also beschäftigt mich schon die ganze Zeit, wie bekommt man diese und dass das auch das, also ich habe so ganz viele Sachen gehabt, die ich so, oh ich würde gerne und irgendwann muss man sich halt hinsetzen und sagen, ja gut, dann machst du es jetzt einfach so und das ist tatsächlich was, was mir vielleicht ein bisschen leichter fällt, weil ich mehr Zeit, weil ich mehr Möglichkeiten hier auch habe, also wenn ich sage, ich würde gerne zwei Tage nach Santa Barbara mit meiner Tochter ein Fahrrad fahren, dann ist es tatsächlich relativ schnell so, dass ich sage, okay, dann machen wir das jetzt eine Woche später oder sowas und dann kann ich mir auch das so einteilen, dass ich das zeitlich hinkriege. Nichtsdestotrotz ziehe ich daraus halt natürlich sehr viel mentale Stärke, weil ich glaube ich relativ genau weiß, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten ich habe und wie sehr ich in charge dafür bin, wo das hingeht und wo das nicht hingeht und wenn das dann auf ein bisschen Dummheit trifft, die Vergangenheit nicht so tiefgründig, also weißt du so, ich bereue zum Beispiel nicht, dass ich halt von einem Jahr nicht so, also so what, ist halt so gewesen, weißt du, also so interessiert mich überhaupt nicht und ich denke mir da nicht die ganze Zeit, warum hast du jetzt erst dieses Jahr angefangen, dich ein bisschen um dich und deinen Körper und deinen Geist und deine Seele zu kümmern, sondern ich sage, ist doch geil, dass ich es jetzt gemacht habe. Du bist eben, also du bist eben tatsächlich mental stark und wenn du sagst, du freust dich jetzt schon auch auf dieses, auf diesen Zieleinlauf, wir kamen ja gerade von dem, wie finde ich meine Stärken, das ist natürlich wirklich auch, solche Momente sind ganz hilfreich, wenn wir uns die wirklich bewusst machen, doch wir können auch das wirklich trainieren, dieses Grow Mindset und es sind schon so Dinge wie, dass ich, also wir denken ja häufig, das kann ich nicht, dieses kann ich nicht, also dann ist das so ein Zeichen für, ich traue mir Dinge nicht zu, das ist, oh so, aber da kann schon dieses kleine Wörtchen, noch kann die Welt verändern oder unsere Welt verändern, wenn ich zum Beispiel nicht sage, ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht, also wenn Kinder zum Beispiel Hausaufgaben machen, die sagen ja häufig auch so, das kann ich nicht, Mama, Papa, immer sofort sagen, du kannst es noch nicht, es macht einen Unterschied oder du mit deinen Brötchen, ich schaffe, ich schaffe das nicht, irgendwie die belegten Brötchen an der Raststätte irgendwie liegen zu lassen, zu sagen, Schell, Leichingen, zu sagen, ich kann, ich kann, ich schaffe es noch nicht, die belegten Brötchen an der Schell-Tankstelle in Leichlingen liegen zu lassen, das macht einen Unterschied. Okay, ja, das verstehe ich, ja, nee, es ist ein richtiger Punkt, das werde ich auch integrieren in mein Leben, das ist ein sehr großer Unterschied, da gebe ich dir total recht. Und der ist ganz klein, und der kann uns wirklich stärken, und der signaliert unserem Gehirn im Grunde genommen, ich kann das schaffen, das stärkt unser Selbstvertrauen, deswegen finde ich, ist das wirklich etwas, was für unsere mentale Stärke, sprich, wie denke ich, über mich unglaublich hilfreich ist und uns Selbstvertrauen auch schenkt. Ich, wir sind schon wieder fast am Ende hier, liebe Melanie, ich habe aber noch eine Sache, die ich mit dir besprechen will, und zwar sind es Schwächen. Soll ich aus meinen Schwächen eher, also soll ich die, also ich bin ja jetzt ganz gut drauf heute, ich sage, welche Schwächen? Hä? Habe ich nicht, weiß gar nicht, finde ich ja nach wie vor einer der besten Golfer, die es je gegeben hat, Arnold Palmer, der hat, also im Golfspielen gibt es ja, dass du drei Putts auf, also wenn du aufs Grün gekommen bist, solltest du immer nur zwei Putts brauchen, also zwei, so kurze mit so, mit diesem Minigolfschläger, dass du ins Loch kommst. Okay. Sonst ist das echt ein Misserfolg. Optimalerweise ein, weil du so nah dran bist schon am Loch, aber irgendwann auf dem Grün brauchst du zwei Putts. Wirklich schlecht ist, wenn du drei Putts brauchst, dann hast du hundertprozentig einen Fehler gemacht, weil entweder der erste zu weit weg war oder der zweite einfach schlecht war und nicht ins Loch gefallen ist. Also so drei Putts sind einfach der Feind eines guten Golfers und Arnold Palmer hat irgendwann am 15. Loch einen Dreipad gemacht und danach sitzt er in der Pressekonferenz und wird dann vom Journalisten gefragt, was war da an Loch 15 los? Der Dreipad, also warum haben sie an Dreipad gespielt? Und er sitzt da und guckt ihn an, es gibt es auf Kamera und sagt, welcher Dreipad? Dann sagt er, an Loch 15, dann sagt er, junger Mann, ich habe noch nie einen Dreipad gespielt. Ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Nächste Frage bitte. Und hat so, also ich weiß nicht, ob er es glaubt oder er ist genial. Also es ist super und also es ist so, wie es eigentlich sein muss und so weiter. Also andere Frage, also ich gehe mit meinen Schwächen um, dass es die nicht gibt. Sollte man, sollte ich da mal irgendwann auch ran oder also jetzt kurz im Ernst, wie, also man kann ja quasi sich auf die Stärken fokussieren und versuchen mentale Stärke zu trainieren. Das haben wir jetzt eine halbe Stunde besprochen, wie vielleicht ein, zwei Muster da funktionieren. Man könnte aber ja auch seine Schwächen versuchen, weniger schwach zu machen und da kommt jetzt auch wieder ein Golfvergleich. Ein guter Golfspieler spielt so gut, wie sein schlechtester Schlag ist und nicht wie sein bester Schlag. Das ist das Schöne am Golfsport, dass du quasi den einen guten Schlag hast du immer auf einer Runde, aber wie schlecht ist dein schlechter Schlag? Landet der sofort im Wasser und du musst fünfmal hintereinander oder ist der noch so 80 Prozent okay und jetzt nicht so schlimm. Und das könnte man ja auch für die Persönlichkeit, für die mentale Stärke, wie schwach, also dass man weniger schwach wird. Also was sagt da Coach Melanie? Ja, das Thema, soll ich Stärken stärken oder Schwächen stärken? Das ist ja die Frage, ne? Genau. Und dass wir jetzt... Oder ne, Schwächen schwächern. Schwächen. Ich will ja die Schwächen weniger haben, also müssen die schwach werden, oder? Ja, da muss ich doch die Schwächen stärken, oder? Aus den Schwächen stärken machen. Ja, du drehst sie gleich um. Ich würde die Schwächen abschwächen, weil sie... Das ist auch ein komisches Wort, ne? Also in der Stärke, das ist positiv und auf der Soll-Seite und auf der Haben-Seite, nee, auf der Haben-Seite und auf der Soll-Seite sind quasi die Schwächen und die will ich, dass sie so gering wie möglich kommen. Also ich will sie abschwächen, meine Schwächen. Bei mir, also ich muss nichts abschwächen, weil ich habe keine Schwächen. Das ist schon mal wunderbar. Du bist dir deiner Stärken bewusst. Das ist keinerlei Makel. Nutze sie alle. Nutze alle Stärken, die du hast. Das ist großartig. Denn das stärkt, also wenn wir unsere Stärken uns dessen bewusst sind, dann stärkt das uns in unserem Selbstvertrauen und das ist wunderbar. Und das ist wirklich, das ist natürlich hervorragend und die Frage, wie gehe ich mit den Stärken um? Ja. Ich finde, ich habe mich jetzt elegant um diese Definition. Du bist einfach, ich merke es schon. Das ist okay. Das ist, also ich würde nicht sagen, entweder Fokus auf die Stärken oder eben auf die Schwächen. Nicht eins von beiden, nur auf die Stärken konzentrieren. Warte, jetzt muss ich mich mal eben zur Klarheit reden. Also, wenn ich mir meiner Stärken bewusst bin, ist das ja ganz wunderbar, generell so. Und die kann ich auch einsetzen, weil das eben mein Selbstvertrauen stärkt und auch ein guter Antrieb ist. Und wenn ich bei mir, wo auch immer, ob privat oder beruflich, Schwächen feststelle, und sie hindern mich daran, etwas zu tun, sie verschließen mir Wege, dann wäre es, glaube ich, gut, wenn ich da einfach auch mal hinschaue, zu gucken, wie kann ich meine Stärken so einsetzen oder wie kann ich eben an den Punkten einfach noch mehr lernen, um da möglicherweise besser aufgestellt zu sein. Wenn es mich allerdings in meinem Fortkommen, in dem, was ich erreichen will, nicht behindert, dass ich irgendwo unvollkommen bin, dann finde ich, können wir auch wunderbar damit leben, denn unsere Unvollkommenheit als Menschen ist Teil unseres Daseins. Das wäre mein Gedanke dazu. Okay, und ich glaube, betriebswirtschaftlich würde ich noch Outsourcing anbieten. Also, ich merke schon, dass ich, also, selbstverständlich habe ich Unmengen an Schwächen und da habe ich irgendwann für mich gelernt, dass ich die dann eben von Leuten, die das können, versuche lösen zu lassen. Also so wirklich klar, die natürlich nicht zu ignorieren, sondern für sich zu sagen, okay, das und das, da bin ich nicht gut drin, das ist eine Schwäche von mir und da versuche ich mir dann externe Hilfe zu holen oder eben das komplett abzugeben an andere Leute, die das dann dafür, für mich machen, damit ich mich auf meine Stärken konzentrieren kann und das hat mir natürlich schon auch geholfen. Ist das ein gutes Schlusswort, Melanie? Finde ich auch. Dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon auf nächsten Donnerstag, wenn wir wieder telefonieren. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du erzählen wirst und und euch da draußen, ja, wenn ihr noch, also mir fällt gerade noch was ein, wenn ich das sagen darf, zum Thema Growth Mindset und Fixed Mindset habe ich auf meiner Website mal einen Beitrag geschrieben, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da wir da auch noch so ein paar Tipps sind, wie kann ich denn damit umgehen? Sehr schön. Da habe ich auch noch, ich habe auch noch einen Tipp, drei gute Dinge in der WW App. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich, wirklich abgefahren gut. Kann man sich auch anschauen und wenn wir schon beim Organisatorischen sind, de.podcast.ww.com ist unsere E-Mail-Adresse, schreibt uns jederzeit eine E-Mail. Wir freuen uns darüber und es gibt natürlich auch einen Instagram-Kanal und es gibt auch auf YouTube uns zu sehen, barrierefrei. Wenn das irgendjemand sich anschauen will, wie wir hier in zwei Mikros schwallen, also ich zumindest, bei dir ist richtiger Inhalt, bei mir ist meist Luft. Mach nicht das, was du sagst zu Luft. Ich merke, das kann ich ganz schlecht nur aushalten, wenn du so etwas sagst. Nein, weil du eben in der Tat wirklich mit dem, was du machst, wie du das machst, finde ich unglaublich inspirierend für alle bist. Doch, ich höre dir gerne zu. Danke. Danke. Also. Ich nehme das mal an. Bitte. Tschüss. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.